So, ja, zweiter Noob in meinem Clan, ich werde es euch auch gleich erklären, warum, Zahnstocher heißt der IS-7, Anfang des Spiels, diese Map kennt jeder von euch, ja, und jeder der minimal Ahnung hat, weiß, dass man hier drüben, unten auf der Minimap, also hier oben, und in der Mitte das Spiel entscheidet, warum, der Gegner hat zwei Artis, wir haben zwei Artis, kommt der Gegner durch die Mitte, und das können sie am Anfang sehr schnell, können sie hier rein, und hier hinten unsere Artis rausnehmen, ist der Gegner da oben durch, und drücken hier rum, weiß auch jeder, der Ahnung hat, ist unsere Base verloren, zwei Artis tot, und so weiter und so fort, ich habe ihm hier am Anfang gesagt, wo ich hinfahre, ich stelle mich hier an dieses Häuschen hier, verteidige nach rechts, und verteidige Richtung Mitte, habe ich ihm auch gesagt, Er meinte, nee, ich muss hier Damage blocken, ich habe eine Mission mit meiner IS-7, so, oder was auch immer, der übrigens, äh, besprochen war von Anfang an, also ich habe gesagt, wo ich hinfahre, als er dann schon da hinten steht, und weiter vorgefahren ist, sagt er zu mir, und erst, wo er dann richtig in Not ist, so, warum fahre ich, also ruft er nach Hilfe, ne, so, warum fahre ich nicht Richtung Wasser, kann ich euch ganz einfach erklären, Was hat der Gegner, du musst doch mal das Ding lesen können, weißt du, Damage austeilen und eine gute WUT-Wertung ist nicht alles, so, was hat der Gegner, der Gegner hat einen Jagdpanzer E100, der Gegner hat einen Jagdtiger und Waffenträger auf PZ, Jagdtiger, Waffenträger auf PZ und der Jagdpanzer E100, die hauen die dicksten Schellen raus, der Jagdtiger schießt irgendwie, weiß ich nicht, alle 6, 7 Sekunden, oder was, so, und der hat einen sehr guten Durchschlag, der macht einen E100 richtig, äh, wenn er die untere Wanne Versteckt hat, auch, wenn er weiter hinten steht, äh, platt, Waffenträger auf PZ auch, haut die dicksten Schellen raus und erst recht der Jagdpanzer E100, zusätzlich dazu hat der Gegner zwei Artis, diese Badget-Arti werdet ihr gleich am Ende des Replays sehen, steht hier hinten, guck mal bitte auf der Minimap, steht hier hinten und schießt geradeaus runter, jetzt guck mal, wo diese IS-7, mit dem ich Zug gefahren bin, hingefahren ist, weißt du, wenn man das einfach nur defen will, dann steht man hier hinten an der Base, da ungefähr, also hier auf der Map gucken, da steht man, Und dann kann man geradeaus schießen und unsere Artis, die zwei hier, die können dann geradeaus auf diese Leute hier einwirken, wenn man aber da so weit vorne steht, wie der, und der Gegner pusht, so wie hier, dann hat man natürlich die Arschkarte, zumal, wenn ihr gucken wollt, hier in der Mitte, war schon ein bisschen was los, T49er, E50M, ja, ich hab ein bisschen die Mitte abgedefft, weil hier diese zwei kleinen Pimmelpanzer, die hätten gegen den E50M, der hier steht, keine Chance, der E50, ich war auch mehrfach auf, Das heißt, wäre ich hier nicht am stehen, hätte der E50 schon längst versucht, hier in der Mitte durchzufahren, so, jetzt versuche ich da auf den E50, äh, einzuwirken, warum auch immer macht unser Ruh hier einen auf TD, er meint, äh, er ist wohl irgendwie, äh, so eine Art TD, der hätte schon längst durch die Mitte irgendwie zwei Artis rausholen können, ich versuche hier zu wirken, jetzt guck mal, was der Ruh hier veranstaltet, ja, äh, äh, ist beleidigt, Der Typ hat auch die schlechtesten, äh, ähm, Wertungen ever, ne, der hat 20.000 Gefechte oder was, und nur eine 3.000er Wertung, man sieht auch jetzt direkt warum, so, der hat mich jetzt paar Mal nicht einwirken lassen, ich war eingeähmt, konnte wegen ihm nicht schießen, er bewegt sich auch irgendwie nicht weg, so, jetzt hab ich auch wegen dem Verschossen übrigens, der schießt mir jetzt auch in den Hinterkopf, Also, ich hab hier mehr als genug zu tun gehabt, ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie, so, ich bekomme schon mal hier von meinem Kollegen Team Damage, ja, bitte zieht euch mal seine Stats rein, ne, könnt ihr mal gucken, hier, wie heißt er, Fadmasen, BHAZ, irgendwie sowas. Ja, äh, ja, ein supergeiler Typchen, der hätte schon längst irgendwie mit seinen 80 kmh durchbrettern können und zwei Artis snacken können, ne, stattdessen muss er seine eigene Leute beschießen, ja, IS-7 da drüben holt mir jetzt die Ohren zu, ja, nur weil du hier jetzt woanders hingefahren bist, bla 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 bla, guck mal, was hier in der Mitte los ist, würde ich hier nicht stehen, der wäre schon durch, der da und der E-50 und der Scout, die alle hier rumstanden, wären schon längst durch und hätten unsere zwei Artis gesnackt, ja, So Jetzt schießt mich unsere eigene Ruhe nochmal an, Alter Also Dadurch, dass wir hier diese rechte Flanke gewonnen haben und die Mitte gehalten haben, haben wir das Spiel gewonnen Also ich erwarte von einem Spieler, der eine 8.000, 9.000er Wertung hat, dass er das weiß, dass diese Map nicht am Wasser gewonnen wird, normalerweise In zehn Gefechten gewinnt neunmal das Team, was die Mitte und diese offene Seite gewinnt und nicht diese Wasserseite Die ist zwar auch wichtig, aber nur zum Defle, die ist nicht irgendwie zum Vorfahren und sich da von fünf Seiten zerschießen lassen Wie gesagt Ohne mich in der Mitte, wäre die Mitte schon längst gefallen und wir hätten zwei Artis verloren Alter, der E-50M und die zwei, drei schnellen Dinger von denen hätten schon längst die Mitte aufgeraucht Guck, da hinten ist jetzt diese Batchettart gewesen die ganze Zeit Ja, die konnte von dort geradeaus alle Panzer, die hier Richtung Wasser fahren, beschießen Also sowohl GWE-100 als auch die Batchettartie standen hier, plus die TDs, ja Das heißt, wenn wir versucht hätten hier vorzupuschen, hätten die uns hier sowieso weggeschossen In der Zeit, wo du auch hier am Campen bist, ne, brechen sie wie gesagt in der Mitte und da drüben durch und fressen die Base auf Und kommen dann von hinten dir in den Arsch schießen So, und der Gegner hat sehr viel Kräfte auch am Wasser gebunden gehabt, deswegen habt ihr ja gesehen, wir haben das Spiel verloren Die Wasserseite ist auf der Map nur zum Defen und relativ unwichtig, meine Meinung, nach 60.000 Gefechten ENDE מ ENDE Untertitelung des ZDF, 2020